Heute möchte ich dir zeigen, wie du deine Funktionen und Formeln in deinen Excel-Dokumenten sperren kannst, sodass, wenn du das Dokument teilst oder versendest, dir niemand deine Formeln verändern kann. Allerdings können alle anderen Werte in dem Dokument angepasst werden. Zum Beispiel kann ich hier natürlich den Verkaufspreis anpassen. Das heißt, die Funktionen reagieren auf die restlichen Werte, aber niemand kann die Funktionen verändern. Falls das Ganze gut klingt, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren und bleib jetzt dran. Falls dir die grundlegende Funktion von einem Dokument sperren nicht bekannt ist, dann kannst du einfach hier links oben auf Überprüfen gehen und dann hast du hier ganz normal Blattschützen oder die ganze Arbeitsmappe schützen. In unserem Fall können wir Blattschützen drücken und hier können wir sagen Auswählen gesperrter Zellen und entsperrte Zellen ebenfalls auswählen. Hier kann ich ein Passwort eingeben. Wenn ich kein Passwort eingebe, dann brauche ich eben kein Passwort. Jetzt ist es geschützt, das heißt, ich kann hier nirgends was eintragen. Ich bekomme nur Fehlermeldungen. Das Problem hier aber ist, jetzt ist natürlich alles geschützt. Wie wir das Ganze machen, wir heben zuerst einmal den Blattschutz auf und dann drücken wir STRG A, damit wir eben alles markieren, wo Werte drinnen sind. Ich kann zum Beispiel das komplette Dokument markieren oder eben nur den Bereich, den ich schützen möchte. Dann drücke ich STRG 1 und öffne das Zellenformatieren-Wert. Hier hast du deine ganzen Zahlen, deine benutzerdefinierten Zellen und auf der rechten Seite hast du hier oben Schutz. Und hier ist gesperrt angezeigt. Das heißt, diese Zellen, die wir gerade markiert haben, werden, wenn wir das Dokument schützen, gesperrt werden. Das heißt, wenn ich das weg tue und OK drücke und jetzt wieder mein Blattschützer, dann kann ich, obwohl hier unten mein Dokument schreibgeschützt ist, hier oben trotzdem noch etwas ändern. Und das heißt, jetzt machen wir eine Kombination daraus. Wir heben den Blattschutz wieder auf. Ich werde wieder alles markieren. Drücke wieder STRG 1 und sage Schutz wieder aktivieren. Das heißt, momentan ist alles gesperrt. Dann drücken wir STRG A, also dass wir das komplette Dokument markiert haben. Drücken wieder STRG 1 und jetzt erheben wir das Gesperrte für das komplette Dokument auf. Das heißt, im Grunde wäre nichts gesperrt. Jetzt schreit Excel auch schon auf und sagt, oh oh, bitte hier hast du drei Fehler. Wenn wir uns den Fehler ansehen, sagt er hier, hier gibt es eine ungeschützte Formel. Das bedeutet, hier mit dem grünen Dreieck markiert er dir schon die Formeln, die du eben sperren solltest. Was du jetzt machst, du markierst im Grunde jetzt alle Formeln, die du eben für dein Dokument sperren möchtest. Das heißt, in unserem Fall diese drei Formeln hier und dann drückst du noch einmal die STRG 1 Taste. Dann kannst du das Ganze hier auf gesperrt stellen und OK drücken. Das heißt, im Grunde ist nichts gesperrt, außer die drei Werte. Und wenn wir jetzt das Blattschützen und wieder OK drücken, können wir hier überhaupt nichts mehr verändern. Das heißt, wenn wir uns hier reinstellen wollen, dann sagt er uns, geht nicht. Aber ich kann eben hier drüben ganz normal hingehen und hier die Werte natürlich anpassen. Und die Funktionen und Formeln passen sich natürlich mit an. Wenn wir uns jetzt hier reinstellen, mit Doppelklick funktioniert das nicht mehr. Aber wenn wir uns reinstellen, sehen wir oben in unserer Funktionsleiste noch immer unsere Funktion. Das heißt, wir sehen, hier haben wir die Summen-Funktion aktiviert. Bei einfachen Funktionen ist das vielleicht nicht so relevant. Aber wenn du komplexere Funktionen hast, die du vielleicht Kunden oder anderen Mitarbeitern nicht zeigen möchtest, kannst du ebenfalls folgendes machen. Du kannst noch einmal deine Funktionen markieren, noch einmal die STRG 1 Taste drücken. Das geht natürlich nur, wenn der Blatt schon aufgehoben ist. Die STRG 1 Taste drücken und hier auf ausgeblendet drücken. Dann wird nicht die komplette Zelle ausgeblendet. Du siehst, jetzt hat sich nichts verändert. Allerdings, wenn ich das Blatt wieder schütze und noch einmal hier reingehe, dann sehen wir, diese Zelle ist in dem Fall eben leer. Das heißt, die Bearbeitungsleiste zeigt nichts mehr an. Und so kannst du eben deine Funktionen und Formeln vor anderen Personen schützen. Ja, und das waren im Grunde schon alle Funktionen, die ich dir über das Sperren von Formeln in Microsoft Excel zeigen wollte. Falls du heute was Neues gelernt hast, würde ich mich wirklich über ein Abo freuen, falls du noch mehr über Microsoft Excel und digitalem Arbeiten lernen möchtest. Falls du ein gesperrtes Dokument erhältst oder das Passwort für deinen Blattschutz vergisst, dann würde ich dir das Video hier empfehlen. Dort zeige ich dir, wie du den Blattschutz aufheben kannst, ohne dass du das Passwort für das Dokument wissen musst. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!